Musik Hallo, ich bin Jens Komnick. Ich wohne in Wremen, einem kleinen Fischerdorf an der Nordseeküste zwischen Bremerhaven und Cuxhaven und freue mich, dass ich hier bei einem Acoustic Player mitmachen darf. Ich spiele seit vielen Jahren Gitarre und hauptsächlich in der Datgat-Stimmung. Ich habe gerade ein paar Takte in dieser Stimmung gespielt und im Acoustic Player darf ich mit euch zusammenspielen, die sich für die Fingerstyle Basic Elemente interessieren. Die spiele ich natürlich in der Normalstimmung. Neben meinen Solo-Konzerten, die ich habe, spiele ich in einem irisch-deutschen Trio mit dem Namen Intach. Da spiele ich mit meiner Frau Sivarant Kennedy und unserer gemeinsamen Freundin Angelika Berns. Und zudem spiele ich auf einigen Tonträgern mit, die sehr akustisch daherkommen. Der aktuellste ist von Reinhard May. Da spiele ich auf der neuesten mairigen Produktion einige Stücke auf der Platte. Ich hoffe, wir lernen uns im Laufe der nächsten Ausgaben etwas besser kennen und freue mich drauf. Auf bald. Tschüss.